Willkommen ans Schleusen an das Ende. Ich möchte mal sagen, die Texte hat alle Schwestern und Burdoch zusammengestellt. Sie ist heute eigentlich da. Wir haben heute unter uns ein Geburtstagskrieg. Die Schwestern und Burdoch, Missionaren in Berlin, feiern heute in den 80. Geburtstag. Und für Sie singen wir jetzt ein Verrednis. Munter, schau vom Himmel her auf deine Elben herinnern. Du bist morgen Morgen, heilig für uns Söhne. Munter, schau vom Himmel her auf deine Elben herinnern. Munter, schau vom Himmel her auf deine Elben herinnern. Munter, schau vom Himmel her auf deine Elben herinnern. Munter, schau vom Himmel her auf deine Elben herinnern. Munter, schau frage ich meine Elben her白in. Amen. Ich wünsche dir jetzt ganz herzlich bedanken, dass Sie alle gekoppelt sind und uns zugewölkt haben. Vielleicht nehmen Sie den einen oder anderen die Wandel von mir und unsere Anfänger. Wir stehen jetzt im Mai und da ist es heißen, dass wir uns mit dem Mai verabschieden. Wir sind in den Arme und Wagen und dann sollten Sie alle sehen, die Gärtner werden schon und die Gärtner werden. Wir sind in den Arme und dann können Sie alle sehen, dass wir uns mit dem Mai verabschieden. Wir sind in den Arme und dann können Sie alle sehen, dass wir uns mit dem Mai verabschieden. Wir sind in den Arme und dann können Sie alle sehen, dass wir uns mit dem Mai verabschieden. Wir sind in den Arme und dann können Sie alle sehen, dass wir uns mit dem Mai verabschieden. Und dann können Sie alle sehen, dass wir uns mit dem Mai verabschieden. Wir sind in den Arme und dann können Sie alle sehen, dass wir uns mit dem Mai verabschieden. Wir sind in den Arme und dann können Sie alle sehen, dass wir uns mit dem Mai verabschieden. Wir sind allmählich bei dem Mai. Wir sind es im Mai vor Ort. Wir machen das nächste Mal. Wir sind in den nächsten Mal. Wir haben die Artistik-Basch, und wir haben uns mit dem Mai vorgestellt. Wir sind die Literatur und wir haben uns mit dem Mai. Wir haben ein paar Mal geregelt, wir haben uns mit dem Mai. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.